Ja, seid gegrüßt, könnt ihr mich hören? Gut? Wunderbar. Ich versuch's einfach mal von meinem Spickzettel hier. Das ist immer sehr schön zu sehen, wie viele Geschäfte es in Leipzig noch gibt. Viele Betriebe wird es bald gar nicht mehr geben, wenn ein großer Teil der Menschen nicht aufhört, brav und hörig, jeglichen Schwachsinn mitzumachen. Angefangen bei der Maske. Weiter geht's mit dem Einfärchen der Menschen in sogenannte Homeoffices. Unseren Kindern wird bereits jetzt in den staatlichen Zuchteinrichtungen eher beigebracht, wie man einen Bildschirm bedient, als dass man ihnen etwas Ordentliches lehrt. Kinder verwahrlosen auf solche perfide Art und Weisen. Und mit 16 gibt's dann ein hübsches Paket von Amazon mit einem PC und Headset, damit diese dann sofort für ihren Lieblings-Rotzlöffel-Konzern Amazon, Google oder Facebook diese menschenverachtende Callcenter-Arbeit im Homeoffice verrichten können. Man muss noch mal drei Meter in die Zukunft denken und überlegen, ob man so eine düstere Welt, ganz nach George Orwell 1984, denn haben möchte. Nie war es offensichtlicher und einfacher wie heute. Einfach Maske ab und nicht mehr länger verscheißern lassen. Einfach nicht mitmachen. Also zeigt alle mal ein bisschen Paroli und lasst euch nicht zu sehr von den Rotzlöffeln in den Medien, Konzernen und Politik veräppeln. Das nennt man friedliche Revolution. Eure Kinder werden es euch später danken. Bleibt wachsam! Dankeschön! Ja, super! Dankeschön für deinen Redebeitrag. Und ich muss sagen, das war heute seine erste Rede, er hat seinen Mut zusammengenommen. Und das kann auch jeder tun, das ist kein Hetzelwerk, hier reinzuquatschen. Also, ich hätte noch zwei Minuten, ansonsten müssen wir es leider laufen. Aber wir haben die Chance, nächsten Samstag 15 Uhr laufen wir von Menkebronn aus hierher. Dann könnt ihr euch einen Ruck geben, schreibt ein bisschen was auf, wenn ihr euch was bedrückt, wenn ihr gute Thematiken habt, die auch in das Thema reinpassen. Und ja, dann könnt ihr auch, kriegt ihr eine Bühne und dann könnt ihr einfach mal loslegen. In diesem Sinne, wir machen jetzt einfach weiter. Frieden schaffen ohne Waffen! Frieden schaffen ohne Waffen! Frieden schaffen ohne Waffen! Ohne Hoffnung! Halten Ihre Pehne auf! Seid es wahr, wenn ihr kaum! Halten Ihre Pehne auf! Seid es wahr, wenn ihr kaum! Halten Ihre Pehne auf! Seid es wahr, wenn ihr kaum! Unter die Preise! Unter die Preise! Unter die Preise! Unter die Preise! Er schreit Norddeutsch, er schreit Norddeutsch! Er schreit Norddeutsch, er schreit Norddeutsch, er schreit Norddeutsch!